Ja, Herr Präsident, und wir sind mit unserem Interview schon fast in der Zielgeraden. Allerdings habe ich mir hier zusammengestellt immer wiederkehrende Bemerkungen. Das sind jetzt gar nicht ganze Fragen, sondern eher so einige Bemerkungen zusammengefasst. Und ich würde Sie bitten, dass wir die durchmachen gemeinsam. Einige schwierige Bemerkungen, aber Sie werden das mir schon beantworten. Erste Bemerkung, warum gibt es jetzt keine außerordentliche Mitgliederversammlung? Rapid befindet sich in einer Krise. Wir haben Mitgliederversammlungen in regelmäßigen Abständen. Wir werden im Winter sicher eine Mitgliederversammlung machen. Ich präferenziere eigentlich eine Vorgangsweise, dass man Probleme zunächst einmal lösen soll und dann durchaus also Sie auch natürlich den Mitgliedern darlegen. Aber in einer Situation, wo so viel teilweise Richtiges mit Falschem, mit kontrollierter und unkontrollierter Emotionalität diskutiert wird, glaube ich, dass eine Mitgliederversammlung nicht zur Lösung solcher Probleme beiträgt. Ich bin mit sehr vielen Mitgliedern in Kontakt. Ich beantworte Mails, ich telefoniere mit Leuten. Und das gilt ja für andere Mitarbeiter des SK Rapid auch. Also wir werden eine Mitgliederversammlung machen, so wie geplant, die wird im Jeno oder Februar stattfinden. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber da haben wir einen Teil der Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und viele, wie auch die Mails und Votings, die da in den Bereichen heute reingetroffen sind oder in den letzten Tagen, die ich versuche zu beantworten, tragen ja dazu bei, dass man manche Lösungen entwickelt. Denn ich bin nicht einer, der hier autoritär entscheidet, sondern ich bin schon in der Lage zuzuhören und auch Schlüsse zu ziehen. Und daher bin ich ja durchaus dankbar für vieles, was hier gefragt worden ist. Wenn ich auch manches nicht verstehe, man muss ja nicht alles unbedingt verstehen, mit dem man konfrontiert wird. Aber ich bemühe mich redlich, diese Probleme zu lösen. Und das sind manche der Zurufe, die hier kommen, der Meinungen, die hier vertreten, werden durchaus dünnlich. Haben Schöttl und Edlinger Ausreden satt? Also viele Fans haben die Ausreden von Herrn Edlinger und Herrn Schöttl satt. Ständiges Jammern statt aktives Handeln. Es tut mir leid, wenn irgendjemand antworten, die ich auf die eine oder andere Frage gebe oder irgendwelche Interviews als Jammern und Ausreden betrachte. Ich habe überhaupt nicht die Absicht, zu jammern. Das ist nicht meiner charakterischen Neigung adäquat. Und Ausreden zu gebrauchen, eigentlich auch nichts. Es kann ja auch so sein, dass jemand eine Haltung, die ich einnehme, als Ausrede empfindet. Das ist so, dass es eben subjektive Aussagen, aber auch subjektive Wahrnehmungen gibt. Und damit subjektive Haltungen. Ich bin einer, der nie die Meinung vertreten hat, egal um welchen Bereich es sich handelt, in dem Besitz der absoluten Weisheit zu sein. Daher betrachte ich also diese Haltungen, die hier zum Ausdruck gebracht werden, als ein durchaus positives Signal, auch die eine oder andere meiner Meinungen zu überdenken. Und ich bin dazu bereit. Es wird hier einige Male natürlich auch geschrieben, dass unsere Fragen wahrscheinlich alle abgeschwächt sind. Man wird jetzt merken, ich habe noch einige, die sind gar nicht abgeschwächt. Wir haben gar nichts abgeschwächt im ganzen Interview. Herr Edlinger, es wird hier geschrieben, es gibt beim Verein keine Visionen. Vieles wirkt wie Schnellschüsse, die nach hinten losgehen. Ja, aber gerade die Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben und die auch durchaus für richtig halten. Wir machen keine Schnellschüsse. Es wird unter Umständen von den einen verlangt, den soll man abschießen, den anderen soll man den abschießen. Und der soll kommen und der soll gehen. Dann wären das Schnellschüsse, wenn man so etwas macht. Wir überlegen uns die Dinge sehr nachhaltig, ist oftmals nicht leicht kommunizierbar, weil es gibt ja auch Dinge, die man nicht kommunizieren kann, weil man halt auch bestimmte individuelle Situationen von Menschen anspricht. Und es ist zumindest meine Haltung, Menschen bloßzustellen, ist nicht meine. Und in Schnellschüssen liegt die Gefahr einer solchen Situation. Daher Schnellschüsse von uns zu unterstellen, ist eigentlich, glaube ich, falsch. Und wenn man von Visionen spricht, dass beispielsweise eine ganz wichtige Vision, nämlich Stadionneubau, sich etwas verzögert, habe ich bereits erklärt. Aber ich möchte noch auf etwas hinweisen, was ich bei der ersten Frage im Zusammenhang mit dem Stadion vergessen habe. Was wir seit dem vergangenen Jahr allerdings erreicht haben, war, ein Trainingszentrum zu errichten am Rande des Happel-Stadions oder im Happel-Stadion, wo wir immerhin einen Kostenaufwand von mehr als drei Millionen, der einen Kostenaufwand von etwas mehr als drei Millionen verursacht hat. Nämlich ein Trainingszentrum, das einer Bundesliga-Mannschaft adäquat ist, denn das am Rande des Happel-Stadions war, das sicher nicht. Wir haben als Zweite erreicht, dass eine viele Jahre verfolgte Zielsetzung, nämlich endlich unsere Akademie-Burm von Niederösterreicher wieder nach Wien zu bringen, realisiert haben. Wir haben in den letzten fünf Jahren an die zehn verschiedene Örtlichkeiten im Westen Wiens geprüft, ob man die Akademie dort oder dahin verlagern kann. Manche Grundstücke waren nicht erreichbar, manche Grundstücke waren im Zusammenhang mit öffentlichen Gebäuden geplant, die sich bis heute noch nicht entwickelt haben. Und daher bin ich sehr glücklich, dass man eines sagen kann. Ja, das Stadion verzögert sich um ein Jahr, weil wir eine zukunftsweisende Erledigung ansprechen. Also das geht heute in Richtung Neubau. Aber in der Zwischenzeit bitte nicht zu vergessen, wir haben ein europa-adäquates Trainingszentrum und wir haben für die Akademie Möglichkeiten geschaffen, die die Burschen von Niederösterreich wieder nach Wien hereinbringen. Und das ist ganz wichtig gewesen. Das geht leider in diesen Diskussionen meistens völlig unter, wie das halt so ist. Was erledigt ist, ist vergessen. Was noch nicht erledigt ist, ist ein Skandal. Herr Präsident, Sie werden hier sehr oft bezeichnet, dass Sie sehr große Verdienste haben, unumstritten. Aber jetzt schauen Sie tatenlos zu und es wäre Ihre Zeit gekommen. Ja, man braucht mir an meinen Geburtsschein nicht erinnern, das weiß ich selber. Ich werde mit November 2013, dass spätestens unsere Hauptversammlung nicht mehr kandidieren. Ich bin das letzte Mal von sehr vielen Vereinten bedrängt worden, es noch einmal zu tun. Und ich weiß schon, wie schwierig das ist. Und ich habe mir immer vorgenommen, eine solche Funktion, die mich sehr ehrt, und ich habe das mit großer Ambition und jeder, der mich kennt und in meiner Umgebung im Verein tätig ist, weiß, dass ich sicherlich kein Frühstücksdirektor bin als Präsident des SK Rapids, sondern mein volles Engagement in diesen Verein hineinlege. Aber für mich ist klar, man muss gehen, wenn man noch als alter Herr bezeichnet wird und nicht als alter Scheißer.